Ich will dahin gehen, wo ich gebraucht werde. Das verstehe ich unter Nachfolge und erst recht unter ernster Nachfolge. Ich stehe hier vor unserem Hademarscher Pflegezentrum, vor unserem Altenheim und wir dürfen da alle jetzt nicht rein. Wir dürfen nicht zu den Menschen, die uns brauchen. Wir dürfen nicht, noch nicht mal zu den, die in unserer Familie alt sind und sich und zu den Risikopatienten gehören. Was heißt das denn? Heißt das, dass mein christlicher Nachfolgegedanken nun in Konkurrenz steht zum Coronavirus und zu dem, dass wir uns selbst und sie schätzen sollen? Das ist doch blöd, das will ich nicht. Was mache ich damit?